Die besten Fahrer, die stärksten Autos, die höchsten Gewinne. Nur wer wirklich begabt ist, schafft es in die Annabelle World Tour. Du musst alles geben, sei besser als die anderen, beherrsche neue Fähigkeiten und teste dein Können, um in neue Stufen aufzusteigen. Du wirst auf weltbekannten Strecken fahren, zu neuen Wettkämpfen eingeladen und die begehrtesten Wagen der Welt fahren. Autos, von denen die meisten nur träumen können. Dein letztendliches Ziel ist die NFS World Tour, in der nur die Top-Fahrer der Welt um die Meisterschaft kämpfen. Eine große Chance wartet auf uns. Wir haben einen Wagen für das Rennen auf Brand Satch besorgt. Das ist der erste Schritt deiner Karriere in Richtung NFS World Tour. Lass uns loslegen! Wir haben den Wagen nur fürs Rennen heute. Also zeigen wir denen mal, was wir damit anstellen. Wir sind dann als nächstes mit dem Test dran. Das ist unsere Chance, wirklich das Setup fürs große Rennen heute Nachmittag zu finden. Okay, das geht hier, die Metrie läuft. Fahr in der Rennen, damit wir anstellen, dass es abfällig fest ist. Alles klar, immer mit der Ruhe, so wie du alles erst unten gefahren bist, okay? Okay, die Metrie läuft. Fahr eine Runde, damit wir einen Setup völlig festen können. Alles klar, immer mit der Ruhe, so wie du alles erst unten gefahren bist, okay? Okay, ich bin jetzt auf der Ruhe, so wie du es hier machst. Der Räger sieht sich gut aus, sehr schön. Wie sind die Einstellung, willst du sie behalten oder lieber nochmal fahren? Jetzt gilt's. Je besser du heute abschneidest, desto mehr Geld haben wir für einen Wagen. Wir haben nur einen Versuch Geld zu verdienen, also hol eine gute Platzierung, okay? Fahr aufs Podium. Zehn Sekunden bis wir losrollen. Konzentrier dich einfach, das wird schon. Auf geht's, viel Glück. Die Kalki! Die Kalki! Die Kalki! Zehn Sekunden bis wir losrollen. Konzentrier dich einfach, das wird schon. Auf geht's, viel Glück. Die Kalki! 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 Das war's. Das war's. Hey, das war gut. Tolle Podiumsplatzierung. Das macht uns den Einstieg wirklich einfach. Das war's. Das war's. Das war's. Das ultimative Ziel ist die NFS World Tour und die Meisterschaft. Okay, das ist der Anfang deiner Rennfahrerkarriere. Also, wir haben noch Geld von deinen Siegprämien übrig. Lass uns davon einen neuen Wagen holen, okay? Du kannst dein ganzes Geld für einen Wagen ausgeben, so wie er ist, oder Geld für Upgrade sparen. Denk dran, nicht alle Wagen sind für Nitro oder für Driftrennen geeignet und nur wenige können einen Werksumbau bekommen. Willst du meinen Wagen verkaufen, geh zu meinen Wagen. Also gut, schauen wir uns mal um. Alles klar, gute Wahl. Wir fangen mit Stufe 1 Rennen an. Wenn wir in diesem Rennen genug Sterne sammeln, können wir weitere Events freischalten. Außerdem bekommen wir mit mehr Sternen bald Zugang zu stärkerer Konkurrenz auf Stufe 2. Bye.